Wo sollte ich meine Magazine lagern? Nun, als Rechtsländer sollten eure Magazine vorne sein, beziehungsweise auf eurer linken Seite. Warum ist das so? Ganz einfach. Wenn wir mit unserer Waffe handieren, dann können wir mit unserer schwachen Hand nachladen, damit wir mit unserer starken Hand weiter im Griff bleiben. Wenn ich jetzt das gleiche auf der anderen Seite machen würde, dann müsste ich entweder um mich rumgreifen, was dämlich ist vom Griff her, oder aber ich bewege meinen Finger vom Abzug und muss so nachladen. Weil es ungünstig ist, deswegen eure Magazine vorne und auf die schwache Seite. Das gleiche gilt übrigens auch für Pistolenmagazintaschen, die eben auf die linke Seite parten. Und als Gegengewicht kann man wunderbar die Pistole nutzen, oder aber auch ein Funkgerät, um das Gewicht der Magazine auszureichen.